Ich habe doch bei dir ein Video gemacht, ne? Ja. Da war gar nichts drauf. Aber bei mir ist drauf. Bei mir war es nicht. Da sind die ganzen Bilder drauf. Ich habe für die so eine Gartenleine. 10 Meter. Ach, hier so eine einfache? Hier ohne den, ne? Habe ich auch eine, aber die ist nicht so sehr lang. Ah, Fleder. Fleder, die kaufte für die Hundeschule, weißt du? Mhm. Ja, die ist 10 Meter. Weil du sollst nicht mit alleine in die Hundeschule kommen. Die wollen das nicht. Sondern? Die wollen, dass du so eine einfache nimmst. Und so ein einfaches Halsband, ne? Und ich bin aber dagegen. Weil ich mir sage, für die Hundeschule okay, aber nicht für immer. Wenn du jetzt mit dem Hund im Auto fährst, ne? Du musst mal bremsen. Und die hat nur das Ding hier dran, hier. Nur das Ding hier. Das Halsband. Ja. Ja. Das schwirrt auf dem die Kehle durch. Ja. Habe ich seit Schülfeierabend. Die kann gar keiner als Mann vertragen, die Schwirma. Und die ist ja eh zu klein. Die fängt sofort an zu wöhnen. Ja, ja. Das tut, das tut nicht gut. Letzte, äh, letzte Woche war ich beim Vieharzt. Doktor Still. Mhm. Und er meinte aber, das wär normal. Zu dem Geschwassen, ja. Ich geh nur noch zu dem. Zu dem Gute. Die haben jetzt, äh... Die haben jetzt, äh... Zum Beispiel, äh, wenn ich das schon gesorgt hab, wüsste jetzt, äh... Ja. Ja.